Ich kenne ein Lokal, das gibt's nicht noch mal. Dort hab ich schon oft eine Lage bestellt. Es ist nicht mondan und auch nicht sehr schön. Aber das ist eines, was mir sehr gefällt. Im Gastron zurück und in der Schnecke. Da steht ein Klavier in der Recke. Willst du in nem Schritt seinen Gröschen hinan? Es spürt es so fein von ganz allein im Gast. Doch zur goldenen Schnecke. Da steht ein Klavier in der Recke. Da gehen die Mädels zum Tanz. Das muss man sehen, wie die sich drehen. Das Klavier wird elektrisch so schön. Dieses Lied ist schön, das sagt jeder gleich. Ach, der Komponist, der wird sicher sehr reich. Doch der Komponist blieb ein armer Tropf. Keiner kauft die Noten, die man sieht aus dem Kopf. Im Gastron zur goldenen Schnecke. Da steht ein Klavier in der Ecke. Werst du in nem Schritt seinen Gröschen hinein? Er spielt es so fein von ganz allein im Gastron zur goldenen Schnecke. Das Klavier steht ein Klavier in der Ecke. Da gehen die Mädels zum Tanz. Das muss man sehen, wie die sich drehen. Das Klavier steht elektrisch so schön. Das Klavier steht ein Klavier in der Ecke. Das Klavier steht ein Klavier in der Ecke. Willst du in nem Schritt seinen Gröschen hinein? Er spielt es so fein von ganz allein im Gastron zur goldenen Schnecke. Das Klavier steht ein Klavier in der Ecke. Da gehen die Mädels zum Tanz. Das muss man sehen, wie die sich drehen. Das Klavier steht elektrisch so schön. Im Gastron zur goldenen Schnecke. Das Klavier steht ein Klavier in der Ecke. Und das Klavier spielt elektrisch so schön. Das ist so.